Guckt mal in euer Inventory. Da hinten ist gerade Yoshis Hand rumgerannt. Wie soll ich mein Inventory gucken? Was ist da jetzt drin? Beziehungsweise, was ist da nicht drin, ne? Nee, glaubst du hier doch nicht sagen, was... Guckt mal hinten, ich hab mir nicht durchgegraben. Was zum? Ein Creeper kommt von der Seite auf dich zu. Zombies kommen von der Seite auf dich zu. Vier Zombies, drei Creeper, fünf Skelette, zwei Zombies, drei... Ja, aber die töten mich alle selber. Baut das doch einfach mal irgendwie ne Wöhle oder so. Frosch, du bist hier direkt. Verdammt, 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 nein! Und noch, ich hab Dramatik da drüben, so. Zwei Zombies, zwei Creeper, drei Skeletten, und die Brücken an den Frosch. Wie sie halt hart fällt. Das ist episch, das ist episch! Das ist nicht, helf dich, helf dich, helf dich, helf dir! Nein, nein, ich lebe noch, keine Angst, ich bin alles... Ja, ich werd die ablenken, ich werd die ablenken. Nein, es ist alles okay, ich lebe und alle sind nicht da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.